Heute ist für Swiss Life Deutschland ein wichtiger Tag. Mit der Vorstellung unserer neuen Drei-Jahres-Strategie, Swiss Life 2024, setzen wir ein klares Zeichen für Wachstum in beiden Geschäftsmodellen, in unserer Versicherung wie auch in unserer Finanzberatung. Swiss Life bietet allen Menschen die bestmögliche Vorsorge in jedem Alter, in jeder Lebenslage und zu jeder Zeit. Unsere Produkte und Services begleiten die Menschen ein Leben lang. Damit geht Verantwortung einher. Unsere Stärke ist die besondere Fähigkeit, gerade junge Menschen für Vorsorge und Finanzen zu begeistern. Wir kennen ihre Bedürfnisse, wir kennen ihre Wünsche und wir sprechen ihre Sprache. Mit Kundenorientierung, Flexibilität, Leidenschaft und ganz viel Empathie bieten wir die passenden Lösungen, unterstützen sie dabei, ihre Ziele zu erreichen und zu jeder Zeit finanziell selbstbestimmt zu leben. Swiss Life 2024 knüpft daran nahtlos an. Wir investieren in das, was uns stark macht. Was uns dabei antreibt, sind die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Unser neues Strategieprogramm Swiss Life 2024 legt den Fokus auf eine moderne und zukunftsstarke Vorsorge, Absicherung und Beratung. Wir investieren in vier Bereiche. Erstens in die Qualität, Hybridisierung und Expansion unserer Beratung. Zweitens in die Innovationskraft unserer modernen Versicherungsprodukte. Drittens weiter in die IT-Modernisierung und Digitalisierung unserer Services und Prozesse für Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. Und viertens in die Nachhaltigkeit unserer Produkte, in die Nachhaltigkeit der Finanzberatung und natürlich auch in die Nachhaltigkeit unserer eigenen Betriebsprozesse. Als ein Team, das agil und zielorientiert, aber vor allem vertrauens- und verantwortungsvoll zusammenarbeitet, werden wir unsere Kundinnen und Kunden begeistern. Wir versichern und beraten die nächste Generation für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist unsere Ambition. Das ist unsere Ambition.